hallo was machen sachen ja mein neuer avatar ist fertig wie ihr seht jetzt ist auch das erste video in dem ich ihn quasi offiziell nutze vorstelle ich bin aufgelevelt ich habe eine neue form ich hatte ihn schon mal in streams genutzt und naja der avatar wird uns jetzt auf diesem kanal weiter begleiten das ist quasi meine neue form ich bin aufgelevelt und habe mich entwickelt oder so das video ist auch mehr so storytime gedacht und mehr auch so einfach klar zu machen was hier eigentlich passiert was ihr habt wahrscheinlich alle mitgekriegt gerade die an den streams unterwegs seit letzter zeit ging es mir nicht gut das ist eine sache die läuft jetzt schon mehrere monate eigentlich schon mehrere jahre ich leite unter depression das habe ich eigentlich quasi schon immer das hat in meiner jugend angefangen und es ist immer so ein auf und und momentan bin ich halt wirklich einer ganz tiefen down phase was das angeht oder eigentlich bin ich aus der tiefsten phase zum glück wieder rausgekommen das war die letzten zwei monate waren es halt sehr schwierig für mich wo es mir richtig 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 bescheiden ging wo ich auch die existenz meiner selbst angezweifelt habe oder vielmehr mich gefragt habe ob es denn überhaupt eine rechtfertigung gibt dass ich existiere und ob das dann so okay ist ja aber war nicht schön mein gedanken chaos in meinem kopf aus dem schlimmsten bin ich jetzt raus ist es jetzt so ein langsames stetiges bergauf das ist halt auch keine sache die innerhalb von zwei monaten komplett gegessen ist ich bin immer noch sehr ja sehr schwankend in meinen emotionen sage ich jetzt mal deswegen habt ihr momentan wahrscheinlich auch den kompletten chaos auf meinem kanal also ich wusste ja eh schon nie was ich eigentlich machen möchte und habe so ein bisschen alles probiert momentan das ist ja komplette katastrophe ich mache den einen tag dies und den einen tag jenes und ich versuche jetzt mal so ein bisschen struktur reinzukriegen und habe mir auch ein bisschen überlegt was mir jetzt eigentlich hier auf dem kanal vorhaben habe überlegt ich habe es ja ein bisschen ausprobiert richtung meinungsblogger zu gehen fand ich eigentlich ganz nice sagt man immer irgendwas über was man reden könnte weil immer irgendeiner blödsinn baut aber auf längen gesicht ist es dann doch ein bisschen runterziehen und ich habe auch gemerkt habe ich immer lust mich dahin zu setzen um zu gucken wer hat jetzt irgendwelche blödsinn gemacht meist ist es ja kinderkram oder leute die mit absicht scheiße bauen dass man darauf reagiert ja und dann hatte ich mir gedacht vielleicht ja doch wieder nicht wenn es irgendwas spannendes gibt was ich halt interessant finde was jetzt mehr in die richtung games geht oder in die richtung kunst geht werde ich wahrscheinlich drüber reden aber über alles andere weniger generell möchte ich wieder zu meinem ursprung zurück oder quasi das was der vorher der plan war dass man halt wirklich hier mehr sachen hat die in richtung games art oder halt auch generell kunst geht und da will ich ein bisschen was ausprobieren ich werde wahrscheinlich wieder tutorials machen für die andere engine da hatte ich irgendwie aus heiter himmel wieder lust dazu und sagt wir könnten noch ein paar sachen machen wir können ein bisschen mit trigger boxen arbeiten oder ein startbildschirm machen und so weiter dass wir da in die richtung wieder gehen auch wenn die videos an sich anstrengender sind wie das ich werde wahrscheinlich mehr richtung storytime tendieren wenn es über sachen geht über die ich reden möchte einfach weil ich auch da wissen habe weil ich weiß bescheid über mich und ich muss über mich nicht recherchieren und momentan war kein möglich hinzusetzen über irgendwelche leute zu recherchieren die mich eigentlich primär tangieren und so ist in meinem eigentlich in meinem leben ein vollkommen bumpe sind was die tun ja gesagt wenn es was interessantes gibt wenn ich darüber vielleicht reden wenn es halt auch was interessantes vielleicht richtung games oder so weiter geht oder was ich mir gedacht habe das auch mal cool wäre einfach verschiedene games oder indie game devs zu beleuchten wie sie jetzt ihr werdegang war setzt ein paar mal im stream aufgeplöppten wir können doch einfach mal so eine kurze analyse oder aufreihung wie es zu verschiedenen spielen gekommen ist ganz hoch im kurs war ja natürlich dann halt undertale oder five hundred and twenty was so eine geschichte dahinter ist ist eigentlich schon eine ganz interessante geschichte wie es überhaupt imstande kam dass die spiele existieren welche menschen sitzen dahinter wie war der was für ein dev es waren ja meistens einzel oder zwei personen und dass wir da mehr in die richtung gehen dass wir dann halt ja sowas in die richtung haben aber das dann vielleicht nicht ganz so dass man nicht jede woche halt wirklich eine geschichte zu russer einmal im monat halt ein aufwendigeres video mit recherche zu irgendeinem spiel ist und dann halt zwischendurch einfach storytime mäßig war es ein bisschen tutorial war es oder vielleicht auch mal eine animation wink wink eventuell läuft da was ich momentan hatte ich auch wieder lust zu animieren lustiger weise momentan habe ich mehr lust auf 2d auch wenn ich nicht wirklich optimal dafür ausgerüstet bin momentan arbeite ich an einer kleinen animation da habe ich auch so ungefähr zwei bis drei minuten schon fertig ich werde hier vielleicht mal einen kleinen clip einspielen so kleiner teaser für da wird gleich eventuell vielleicht was kommen sitzt noch dran hexapoda was ist das wohl hexa ist ja die zahl zehn fast neun elf neun acht 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 nicht ist oct war es acht nee sieben fast sechs ja du kannst einfach spanisch ich arbeite momentan suboptimal daran ich muss man mal informieren was für programme animationsprogramme da für mich am besten sind momentan arbeite ich dort mit paint tools sei und filmora zusammen sprich ich zeichne die einzelnen frames in paint tool sei und packt die dann halt in filmora zusammen das ist jetzt nicht so optimal ich wollte es erst in davinci machen aber ich muss kriegs einfach nicht gebacken die audiospur in davinci reinzukriegen vielleicht sollte ich mich da auch ein bisschen dahin gehen informieren aber ich hatte mir jetzt keine tutorial angeguckt dachte mir okay ich habe jetzt keine lust mich dahin zu setzen was zu machen ich will halt jetzt sofort und gleich machen und dann nutze ich halt das filmora ding es funktioniert auch es ist halt echt nicht optimal wenn man halt in filmora irgendwas verschieben möchte oder so weiter ist nicht so geil aber irgendwo geht es auch dass ich mich wenn das die animation fertig ist dass ich mich dahin gehen vielleicht ein bisschen informieren vielleicht ist doch der ein oder andere der auch animiert oder 2d animation macht flash animation keine ahnung der vielleicht einen kleinen tipp hat für programme die vielleicht nicht gerade monatlich 20 euro kosten ich stecke schon dass ich photoshop bezahle wobei ich auch immer überlegen bin ob ich photoshop einfach komplett hin schmeiße und erst mal im pen tool sei bleibe oder mir da ein anderes grafischprogramm aussuche weil photoshop geht mir gerade tierisch auf den senkel das funktioniert nichts gerade seitdem sie diese rei tools haben funktionieren andere sachen nicht so und das ist einfach nur nervig habe ich stand durch diesen blöden balken im bild den ich nicht wirklich ausblenden kann er immer wieder kommen und sich immer wieder dazwischen funkt und ja dann nervt es mich total da gucke ich mal ob ich mir eine alternative vielleicht gehe ich wieder zurück zu gritta oder gucke ich mir mal clip studio an oder was weiß ich probiere mich da mal ein bisschen aus vielleicht bleibe ich auch einfach bei pen tool 2 die version die ich seit 15 jahren habe ich nicht aktualisieren kann weil ich den bescheidenen code nicht mehr habe weil alles andere e mail läuft die zeit locker zehn jahren auch nicht mehr gibt das ist irgendwie ein bisschen semi doof für mich vielleicht hole ich mir die neueste version und pen tool sei die kostet zum glück nicht so viel das letzte mal wie ich geschaut habe so 40 euro für einmal kaufen und dann hast du diesen code und ich verliere vielleicht den code nicht mehr oder halt die e mail adresse die alles läuft das war echt doof gelaufen ja mal schauen wie es dahin geht wo vielleicht mache ich auch ein bisschen wieder 3d animation ich hatte ja auch schon mal in 3d ein paar clips animiert war auch hier einen kleinen kleinen einspieler mal und natürlich auch alles verlinkt wenn ihr das fertig gucken möchtet dafür habe ich ja schon zwei videos glaube ich fertig gemacht oder halt ein paar videos mit 3d animationen mich ausprobiert habe in blender vielleicht gibt es auch ein bisschen mehr bist du wie link auch geflogen ja ich habe es versucht aber hühner sind also ich hatte ja schon mal hühner im arm ja aber die waren so super zart also filmhühner waren zart ja sie haben sie danach gegessen und so weich von innen je nachdem worauf ich lust habe momentan momentan habe ich gesagt muss einfach mal gesagt ach komm wir machen jetzt mal animation 2d vielleicht gibt es demnächst wieder 3d mal schauen mein plan halt einfach es geht richtung kunst aber was genau weiß ich noch nicht vom wild wahrscheinlich wahrscheinlich von allem so ein bisschen irgendwas machen vielleicht finde ich ja die nächsten halbe jahre struktur was wir hier weitermachen möchten bei streams garantiere ich für gar nichts da machen wir das was mir gerade so in den sinn kommt also wie weit wie gar weiter wenn mein bruder bock auf fasmo hat spielen wir ein bisschen fasmo wenn jetzt spielen wir ein bisschen wo w alleine oder mit kumpels zusammen mal gucken oder mir modellieren wieder was oder je nachdem was mir halt gerade so in den sinn kommt soweit mein plan wird wahrscheinlich wesentlich persönlicher jetzt hier weitergehen und mal schauen wo wir landen wie gesagt momentan will ich nicht wirklich was garantieren ich wollte eigentlich auch am spiel weitermachen aber momentan frustriert mich da die arbeit wieder weil es nicht so funktioniert wie ich möchte und ich müsste ja eigentlich jetzt ein paar animation für mein avatar machen damit man da weiterarbeiten können mit gucken ob kombosysteme funktionieren dass man halt block system baut und so weiter aber ja gerade ist da die motivation flöten gegangen ich weiß auch nicht was da passiert von einem auf den anderen tag hast du lust und dann hast du wieder keine lust mal schauen stück für stück geht es irgendwo weiter und es ist wildes chaos aber irgendwie ist das so thema embrace the chaos keine ahnung kommt wie es kommt und ja dann hey danke für alle die bisher zugeschaut haben die sich das angeschaut haben und wünsche ich euch noch einen schönen tag und wir sehen uns im nächsten video was auch immer das jetzt sein möge wir sehen uns im nächsten video was auch immer noch ein paar nächsten video was auch immer noch ein paar